Hören darf man dich anheuerdings, ne? Ja, dat darf man. Penis! Penis, Eichel, und, äh... Penis. Penis. Möcht' ich so Penis sagen? Genau, das ist übrigens der Dadcheap. The Dadcheap. Hallo, guck mal, das ist mein Raum. Komm, setz dich mal rein, Michael. Eigentlich wollte ich nur sagen. Dann jetzt könnt ihr mal sehen, wie groß der Raum ist. Ich war hier. Ich war hier und ich hab hier in den Dibitos desel gefurzt. Ich auch, nur fall schon lasst du da auf. Ich hab ja gesagt gestern, für die Leute, die gestern in den Spielen geguckt haben wollen. Das ist aber ganz schön ekelig, das ist ja ein Zeitser. Ich hab mal eine Stunde, ich hab am Peter auf dem Geburtstag gekriegt. Oh, fragt ihr das schon, oder? Oh, warte. Tschüss. Tschüss.